Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver. Wir sind hier im Fleckmannbrunnen und wollen da Team Rocket vertreiben, denn Team Rocket treibt hier sein Unwesen. Wir sind bisher hier noch keinem wildes Pokémon begegnet. Ähm, jetzt offskinnen, als ich die Pokémon-Hallen war. Auch nicht. Dementsprechend, ja mal gucken, wann wir hier auf ein wildes Pokémon treffen, falls es hier die Möglichkeit gibt. Aber ich denke schon, das sieht hier in einer normalen Höhle aus. Hier wird es wilde Pokémon geben. Ja, da haben wir es. Und zwar, es ist ein... Markbrand. Ui! Ja! Ein Feuer-Pokémon, was wir unbedingt noch brauchen. Ei, ei, ei. Nice. Ich habe auf Wasser, Pflanze oder Feuer gekauft. Und Feuer wurde es sehr nice. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie fangen. Und das müssen wir mal gucken, wie wir es am besten anstellen. Erstmal generell die Paralyse. Ist ja klar. Ähm, Donnershock würde ich einmal mal machen. Geht leider daneben. Markbrand setzt nochmal auf Wolke ein. Kannst du ruhig machen. Ich probiere es nochmal mit dem Donnershock. Okay, jetzt treffe ich. Uh, das zieht ganz schön wenig ab. Ich habe mit mehr gerechnet. Alles klar. Uh, Johannes ist vergiftet. Na, klasse. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Dementsprechend werde ich Johannes direkt auswechseln. Dann gehe ich mal zu... Wen gehe ich denn mal? Klerix? Ja, genau. Ich gehe mal zu Klerix. Klerix hat ja endlich mal eine Gesteinsattacke. Daher gucken wir mal, was wir mit Klerix so machen können. Markbrand, da wirkt die Paralyse. Das ist sehr, sehr gut. Und ich gehe auf Stampfer. Ich weiß nicht, ob, äh, Markbrand, äh... Puh! Ja, er hat Flammkörper. Okay, egal. Er schreckt zurück. Sehr, sehr schön. Okay. Das ist sehr, sehr nice, dass er komplett im roten Bereich ist. Das war sehr knapp. Ich hätte vielleicht da einen anderen Attack einsetzen sollen. Aber ich bin nochmal glücklich. Ich bin nochmal glücklich. Und, ja, das ist ein einfaches Spiel jetzt so. Allerdings... Flieht Markbrand aus dem Pokéball raus. Okay. Verteidigung sinkt. Ja, gut. Auch wegen unserer Verbrennung müssen wir jetzt dann doch mal wechseln. Und zwar gehe ich jetzt zu Böni. Ich werde dann sowieso, äh, die Pokémon nochmal heilen. Und wir werden sowieso beim PC dementsprechend dann das Markbrand in unser Team packen. Weil ich habe an sich sehr dolle Bock mit ihm auf Reisen zu gehen. Da ist nur die Frage, wer von meinen Pokémon wird dann rausgehen? Ja, und ich denke mal, ich werde mich für eins meiner Bohnen-Pokémon entscheiden müssen. Die Frage ist nur, welches? Weil jedes Bohnen-Pokémon hat nur einen zweiten Typ, was an sich ganz gut ist. Oder soll ich dann vielleicht doch noch ein anderes Pokémon? Ich weiß es nicht so. An sich, wir haben Bohnen-Flug. Sehr wichtig. Aber Flugattacken haben wir bisher noch nicht. Aber ich möchte Böni trotzdem drinnen lassen. Er ist momentan hier der stärkste Pokémon. Und, ja, auf Böni mag ich jetzt nicht verzichten. Clearix, Gestein-Boden. Und dann haben wir noch Bonita, Stahl. Ne, Stahl-Gestein. Stimmt. Dann macht es am meisten Sinn, dass wir Clearix erstmal rauspacken auf die Backup-Box. Genau, das macht am meisten Sinn. Dieses Mark-Brand will einfach nicht im Pokéball bleiben. Ich habe noch zwei Super-Bälle, ich weiß. Aber ich versuche es erstmal mit normalen Poké-Bällen. Ich werde gleich nochmal einen Super-Ball probieren. An sich, wenn wir es gefangen kriegen, dann wird... Dann wird Clearix rausgehen. Weil wir haben Gestein durch Bonita und wir haben Bohnen durch Böni. Ach, Mann, oh, selbst der Super-Ball will nicht. Ich kann es halt nicht noch weiter schwächen. Ich habe hier auch keine Attacke, die es einschläfert. Ich würde jetzt sowieso nicht mehr gehen. Oh, ich habe langsam ein bisschen Angst, dass wir es nicht gefangen kriegen. Eieiei. Noch mehr KP abziehen geht halt einfach auch nicht mehr. Das war ja... Also wir hatten noch bisher kein einziges Pokémon so weit im roten Bereich. Also kein Pokémon, was wir gefangen haben. Wir hatten noch nie so gute Chancen und dann... Das hier. Ah! Ja, wir haben halt auch nur einen Super-Ball als maximales. Hyper-Ball und so wäre natürlich noch besser, aber... Ich setze noch drei Poké-Bälle ein, danach probiere ich den Super-Ball nochmal. Ich will es unbedingt haben. Also es wäre extrem doof, wenn ich jetzt hier das nicht kriege. Und eventuell müssen wir damit nehmen. Und dann habe ich alle Poké-Bälle verhauen. Ich weiß, bei unserer Mutter ist noch, äh... Ist noch Geld gelagert. Weil es automatisch gemacht wird. Eventuell würde ich aufs Kino nochmal zur Mutter gehen. Komm, komm! Ah! Ein Poké-Ball noch, dann der Super-Ball. Oh, kann sogar gut schon. Nice. Ich brauche dieses Mark-Brand! Auch wieder ein krasses Pokémon, so. Muss man halt einfach mal sagen. Also jegliches Geld werde ich jetzt natürlich nicht mehr in Poké-Bälle reinstecken, sondern ab sofort in Super-Bälle. Danke! 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 Oh, nee. Mein Herz klopft schon die ganze Zeit so. Weil ich Angst hatte, dass wir es nicht kriegen. Huuuuh! Nice! So, ein Spitzname bekommst du natürlich. Und da habe ich schon einen. Und zwar der jetzt noch nicht lange dabei ist. Aber dafür sehr aktiv ist. Und zwar die Rede ist von Splatcast. Damit willkommen im Team. So, dann C. Und dann kommt direkt ein S. Das A wird da so gesehen verschluckt bei seinem Namen. Und da ist das D. Splatcast. Willkommen im Team. Ich mache einen Cut. Und wir sehen uns im Pokémon-Center wieder. So sieht das übrigens aus, wenn ein Pokémon vergiftet ist. Da gehen die KP nach und nach immer runter. Wenn man sich nicht drum kümmert. Allerdings kann das Pokémon nicht sterben. Wenn es bei einem KP angekommen ist, ist dann die Vergiftung so weg. Ist halt trotzdem sehr gefährlich. Daher, wenn irgendein Pokémon vergiftet ist, sofort gegen Gift einsetzen. Oder zum Pokémon-Center rennen. Andere Möglichkeiten gibt es da nicht für uns. Gut. Dann gehen wir zum PC. Ist er jetzt mal in der Backup-Box gelandet? Genau. Darf ich ja jetzt rausnehmen, weil ich das jetzt direkt danach mache. Würde ich jetzt ja noch weiterkämpfen im Flaggmann-Tunnel. Dann durfte ich zum Beispiel Markbrand gar nicht mehr aus der Backup-Box rauspacken. Ja, könnte ich schon. Aber dann müsste ich Clearix sterben lassen. Aber so ist das alles ganz gut möglich. Und damit, ja. Kommt Splatcast ins Team rein. Und Clearix kommt erstmal auf die Backup-Box. Und kann sich da erstmal ein bisschen ausruhen. Auf welchem Level bist denn du? Du bist auf Level 7. Dementsprechend packe ich dich nach vorne, dass wir dich ein bisschen trainieren können. Allerdings werde ich bei Splatcast jetzt mal kein Offscreen-Training machen. Weil ich das Gefühl habe, dass wir an sich schon ganz gut insgesamt gelevelt sind und viele EP bisher bekommen haben. So, wie sieht es denn so an sich aus? Smoke, Silberblick, Glut, Rauchwolke. Senkt die Genauigkeit. Senkt Verteidigung. Glut ist eine spezielle Feuerattacke. Spitze Angriff ist von Splatcast sowieso größer. Sonst an sich, wesenmäßig ist es neutral. Und Smoke, Stärke 20. Gut, da haben wir ja sowieso eine schöne Giftattacke bei Bernie. Okay, gut. Dann sehen wir uns im Flaggmann-Tunnel wieder. So, da sind wir wieder. Den haben wir im letzten Board besiegt. Den da auch. Nur von der anderen Seite. Und das Item haben wir noch nicht geholt. Das ist ein Super-Tank. Nice. Okay, dann geht es wohl hier jetzt erstmal weit. Moment mal. Hier ist bestimmt ein verstecktes Item. Ja, ein Super-Tank nochmal. Sehr nice. Gut, dass ich da nachgeschaut habe. Ach ja, und da links geht es weiter. Da ist der nächste Trainer. Soll ich da ruhig mit Splatcast reingehen? Gehen wir mal mit rein. Da hinten könnte der Boss sein. Der hat so ein anderes Haar. Mal gucken. Mal gucken, was da auf uns wartet. Erstmal hier der Trainerkampf. Ja, ich bin aber immer noch sehr überrascht. Was ist hier wirklich für... Also was wir für Pokémon insgesamt in dieser Challenge zusammen. Das ist echt krass. Das finde ich wirklich sehr, sehr dolle krass. Und ja, das... Da muss ich jetzt erstmal kurz überlegen. Wen setze ich denn da ein? Äh, Bonita? Ich gehe zu Bonita. Äh, aber ich selber habe damit nichts so gesehen gemacht. Also wir... Es gibt ja auch schwächere Pokémon. Beim wilden Pokémon haben wir ja schon gesehen. Aber wir kriegen immer irgendwie die ganz starken. Ach, ist jetzt nicht... Ach, nein. So. Das Problem ist, dass... Ähm... Sampfe wahrscheinlich Schwebe hat. Also muss ich auf Kopchnuss gehen. Ja, danke Bonita. Danke, 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 danke. Ist zwar nicht sehr effektiv... Ist nicht sehr effektiv. Okay. Ist auch nicht sehr effektiv. Warum ist Kopchnuss nicht sehr effektiv? Hat Bonita irgendeine Fähigkeit, von der ich nichts weiß? Nee. Normal ist doch gegen Stahl nicht sehr effektiv. Richtig? Richtig. Aber das Sonnenfell ist doch nicht Stahl. Das ist psycho... Gestein würde ich schätzen. Oder warte. Normal gegen Gestein auch nicht sehr effektiv? Das kann natürlich sein. Schon wieder ein Volltrafer von Sonnenfell. Ah, nicht mehr verwirrt. Danke, 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 danke. Oh, schöner Volltrafer. Schöner Volltrafer. Gut. Dann die nächste Kopchnuss. Übrigens, ich mache jetzt mit Spadcast auch kein Offscreen-Training. Aus dem Fall im Grunde, ich denke mal, er wird sich relativ schnell hier im Kampfgeschehen mit einmischen. Sobald ein gutes Pokémon da ist. Er ist jetzt nicht zum Beispiel bei Finn oder Hannes zum Beispiel. Die sind halt auch in der ersten Entwicklungsstufe. Bedeutet auch noch dementsprechend nicht so stark. Da ist es halt was anderes. Sagen wir es mal so. Sorry. Da gehe ich zu Johannes bei Anton. Das ist ja klar. Johannes, wann entwickelt sich denn eigentlich Johannes zu Pikachu? Das weiß ich jetzt auch gar nicht. War es nicht mit irgendwie Freundschaft oder so zusammenhängt? Ich könnte zwar natürlich nachschauen, aber... Näh. Wir überraschen uns. Wir überraschen uns. Ist ja auch nicht verkehrt. So. So, Spadcast bin ich bei Anton jetzt mit Absicht nicht gewechselt. Weil wegen Wasser. Ist halt nicht so schön. Jetzt hätte ich Bock auf ein schönes Pflanzen-Pokémon. Smogmog. Näh, es ist leider kein Pflanzen-Pokémon. Aber da haben wir eine Antwort mit Finn. Und dann bin ich auf den Trainer da hinten gespannt, was der dann da so drauf hat. Smogmog, das könnte wirklich zu Team Rocket passen. Also, ja. Das ist typisch Team Rocket. So Gift-Unlich ist ja so der Typ von dem Team. Ah, passt schon mal ganz gut. Oh, ich muss so ein bisschen dran denken, dass Gift auf Finn nicht normal effektiv ist. Weil in Pokémon X hatten wir ja auch einen Trastler, beziehungsweise dann später Gua DeVere. Und das hatte ja noch zusätzlich den Fee-Typ, weil Gift gegen Fee ist sehr effektiv. Aber hier gibt es ja noch keinen Fee-Typ. Daher, ja. Habe ich so ein bisschen immer bei Gift so ein bisschen... Ah. Ungutes Gefühl. Meine Mutter ruft an. Soll ich jetzt mal rangehen? Ich gehe jetzt einfach mal ran. Hallo, Dennis. Wie geht's dir? Ich habe dich 20 Mal angerufen. Warum geht's nicht ran? Äh, ich habe heute beim Einkaufen eine nützliche Seite gefunden, dass dir von deinem Geld... Ist das dein Ernst, Mulla? Okay. Äh, sobald wir hier aus... Sobald wir hier aus dem Flaggmann-Tunnel raus sind, Zack, zu meiner Mutter, mache ich, äh... Mache ich einen Cut, laufe den ganzen Weg zur Mutter und... Dann... Würdest du was von mir erleben. Also mal als ehrlich. Ich brauche das Geld für Poké-Bälle! Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wieder beruhigen. Ich muss erstmal gucken, äh... Was haben wir hier? Wie sieht's das Team aus? Ja, an sich ganz in Ordnung. So, was ist mit dir jetzt hier? Was willst du denn von mir? Mein Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausam Trainer. Ich war nicht so lassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Okay, meinetwegen. Lanz. Lanz. Oder wie auch immer. Zwei Pokémon, ein Pfifftchen. Als erstes. Feuer und Licht, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Ähm... Dann... Würde ich mal schätzen... Ich setz mal Rauchwolke. Ich versuch's mal jetzt mit Spedcars. Weil seine Feuerattacken sind sowieso nicht sehr effektiv. Und ja, gut. Und ich könnte halt noch ein bisschen gefährlich werden. Oh, Jaulas erhöht seinen Spezialangriff? Ne, normaler Angriff. So, dann ruhig nochmal Rauchwolke. Dann hat... Ist seine Verteidigung zweimal gesunken. Wieder eine Attacke, wo wir halt... Ähm... Ja, Genauigkeit senken können. Verfolgt uns in diesem Let's Play auch. Ganz schön. Aber sonst kann ich ja leider hier... Kaum was machen. Leider. Smog, ja. Ist nicht stark. Und Blut ist nicht sehr effektiv. Daher lieber mal wechseln. Zu, zu. Ja, Bonita kann ich wegen... Feuer nicht angreifen. Äh... Auswählen. Obwohl... Ich geh trotzdem zu Bonita. Und wo ist das ein Fehler? Ach, setzt eh Teckel ein. Okay. Haha. Ja, moin. Gut, dann die Lebensstelle. Wegen der Bohnenattacke wollte ich halt zu Bonita. Weil dann sinkt die Genauigkeit noch weiter. Das ist sehr, sehr gut. Ja, in Angriff kannst du ruhig weiter steigen. Ich hab nur Angst, dass es dann plötzlich so Feuerbiss oder so kommt. Gudud zum Beispiel ist ja speziell. Das macht ja nix. Aber er hat anscheinend nur Teckel gegen uns. Und greift... Er trifft zwar, aber immer noch nur ein Kp-Schan. Ja gut, wenn... Wenn... Wenn normal gegen Gestein auch nicht sehr effektiv ist, dann ist das ja hier auf Bonita eine Foto-Schwäche in normalen Attacken, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. So, dann kriegt das Bonita nämlich gleich hin. Wunderbar. Ein zweites Pokémon hat er nämlich auch noch. Bonita braucht unbedingt auch noch bessere Attacken. Kommt Zeit, kommt Rat und dies und jenes. Oh, es gibt ja nicht viele EP. Kokuna! Ach, Splatcast ist deins. Gefundenes Fressen. Gefundenes Fressen. Und das reicht dann auch für Level 8. Sehr schön. Auf Level 12. Level 7 Splatcast gegen Level 12 Kokuna. Wer wird gewinnen? Ich tippe auf Splatcast. Ah, schön. Ja, probier ruhig deine Erdner. Wir greifen speziell an. Bringt dir also nix. Aber gut. Kokuna kann eh nix. Hier hätte jetzt auch ein Legi sein können. Also von daher... Da sind wir ganz gut jetzt durchgekommen. Das Kokuna bringt mehr EP als das Pfiffchen. Ernsthaft. Viel mehr EP. Okay. Besiegt haben wir dich. Ein Anteil wollen ausgeschickt. Ah. Ja, stimmt. Die haben Rocket vor drei Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen. Aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles was du tun kannst, ist in Strecken auf das zu warten, was wir weiter im Schöde führen. Und sie sind weg. Gute Arbeit, Dennis. Die Tippen von Team Rocket haben Reiß ausgenommen. Meine Hälfte geht es auch wieder besser. Lass uns gehen. Ich will zum Mutti. Und ihr verwehren, dass sie Geld für mich sammelt. Hallo, Dennis. Das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe das vorhin schon einmal gesagt. Aber vor drei Jahren hat ein Junge namens Rot Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das war jetzt nix Gutes. Aber vergessen wir es für das erste Mal. Wie fehlt es mir denn? Es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anfertigen zu dürfen. Hier. Mir habe ich leider gerade nicht da. Aber ich hoffe, dass es hilft dir weiter. Ein Tor? Nice. Ich kann jeden einzelnen Ball sehr gut gebrauchen. Oh, wie sieh hast du ein paar Aprikogos mitgebracht. Na schön, dann mache ich mal ein paar Arbeiten. Ja. Warte, warte. Da ruhig beide. Ich sagte... Ah! Ist das doof gemacht. Zwei, so. Und dann muss ich noch auf Ja. Ich brauche einen ganzen Tag, um diese Aprikogos zu verarbeiten. Komm, also am besten morgen wieder. Ich habe eine Idee. Vielleicht hilfst du... Vielleicht... Vielleicht die Telefonnummer von meinem Großvater? Ist, denke ich mal, nicht so verkehrt. Weil, dann kann er uns anrufen, wenn es fertig ist. Zieht er was über... Achso, dann erzähl er. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Dann mache ich jetzt hier einen Cut. Und ich begebe mich jetzt auf die lange Reise in Richtung Heimat. Zur Mutter. Mir Bescheid zu sagen, sie soll kein Geld mehr sammeln. Und ich will auch das Geld abholen. Weil, wie viel Geld haben wir momentan? Warte, dass ich nicht im Beute, sondern... Wo ist meine Trainerkarte? Da. Um rechts. Ja, momentan 1920. Das ist sehr, sehr wenig. Daher, gucken wir mal, was... Wie viel Geld bei der Mulla liegt. Hör, da bin ich. Da bin ich. So, jetzt kann sie was erleben. Jetzt kann sie was erleben. Molli, ich muss mit ihr reden. Wie schön, dass du wieder da bist. Ja, ist aufgeräumt. Ja, ist mir scheißegal. Ich bin wegen des Geldes hier. Auf... Na... 1940 hast du hier. So. So, mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles. Kann ich hier einfach so zack, so zack. Ach, ich muss die genaue Zahl eingeben. Ich muss... Ah, warte. Ah! Eins, neun, zwei, null. So. Ja, ich denke da ganz... Ach, Mutter... Mutter... Mütter sind so schlimm manchmal. Ja, ich bin wegen des Geldes hier. Sparplan ändern. Nein, sollst du nicht. Ich dachte halt auch, das ist von Standard mäßig so eingestellt. Ah, so. Und das Geld kann ich mehr als gut gebrauchen. Jetzt heißt es den ganzen Weg wieder... Äh, ja, zurück. Ja, die Stadt, wo wir gerade waren. So, da bin ich wieder. Ich brauche direkt mal die Pokémon heilen. Denn jetzt geht es für uns in die Pokémon-Liga. In die zweite Pokémon... Pokémon-Arena. Nicht Liga. Ja, moin. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Erstmal sprechen wir mit dir hier. Hallo, Herr Rosmallow. Diese Arena wurde von Kai errichtet. Sie ist ein riesiger Käfer-Pokémon-Hort. Also zumindest, wenn nicht vorher jetzt hier alles gesäubert wurde. Leider sind jetzt gerade keine Käfer... Oder so gut wie keine Käfer mehr anwesend. Kai mag zwar jung sein, aber er hat seine Käfer-Pokémon fest im Griff von der Welt. Ja, ich glaube eher nicht. Ich gebe dir besser einen Tipp, sonst kommst du gegen ihn nicht sehr weit. Also, ja gut. Der Tipp bringt dir vielleicht auch nichts, so wirklich was. Aber egal. Käfer-Pokémon können vorher nicht ausstehen. Außerdem sind Attacken vom Typ Flug sehr effektiv gegen sie. Ja, wahrscheinlich wurde hier alles vorher desinfiziert und gesäubert. Und ja, wegen Corona halt. Wegen Corona. Ah, kann man verstehen. So, so sieht es momentan aus. Plattkast noch auf Level 8. Ist aber nicht so schlimm. Und das sind Spinnen. Das sind Spinnen. Interessant. Und diese Spinne führt mich zu einem Trainer. Ich will alle Trainer besiegen. Also von daher, das passt für mich. Ja, in der Zwischenzeit, wo ich hier unterwegs war, kam ein neuer Kommentar von dem lieben Bone rein. Er hat mir geraten, lieber mal Doppelkämpfe sein zu lassen. Weil die sind in einer anders Lock... Ah, ja, schwierig. Ja, da hat er recht. Da hat er recht. Also, ich habe dann auch zu überlegen. Na, warte mal. Ist ja auch nicht so gut. Weil in einem Part, das war Part 5. Da wollte ich einen Doppelkampf machen, aber dann hat es nicht funktioniert irgendwie. Oder ich habe es... Ich habe es verhauen, wie auch immer. Ja, und von daher... Vielen Dank für den Tipp, Braun. Vielen, vielen Dank. Und ich mag es jetzt gar nicht, dass Johannes schläft. Und ich warte hier ab. Ich warte hier ab. Obwohl die Aquaknarre doch schon ganz schön schade macht. Es ist auf Level 12, dieses Quapsel. Ai, ai, ai. Ein Glück ist es kein Quapo. Ich kann mich erinnern. Quapo in Pokémon per Randomizer Naslock war verantwortlich für den ersten Tod. Also, es ist nicht zu unterschätzen. Hat damals mein tolles Lucario zerstört. War auch, glaube ich, in der ersten Arena, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war auch relativ früh, weil es halt auch der erste Tod war. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo genau das war. Naja, egal. Ich gehe jetzt mal zu Bonita, weil Bonita will halt auch noch ein bisschen Training abbekommen. Da steht doch schon Level 12 kurz vor der Tür. Ein Traumator. So, da erstmal eine Lebensstelle, um die Genauigkeit zu senken. Juts, viel Schaden macht es nicht. Ist nicht so schlimm. Und macht auch nicht viel Schaden. Haha, schön. Okay. Dann geht es weiter mit der Kopfnuss. Ja, die sieht doch schon mal besser aus. Schreck zurück. Wunderbar. Und noch eine Kopfnuss hinterher. Ah, ein bisschen, ein bisschen ist jetzt hier noch. Das machen wir mit Tackle weg. Ah, Bonita, hast du es gut gemacht. Hast du es sehr gut gemacht. Da springt doch Level 12 hoffentlich raus. Das wäre doch sehr, sehr schön. Einen Trainerkampf machen wir noch. Und dann die restliche Arena. Dann im nächsten Part. Und ich hoffe mal, dieses Mal ohne Tod nicht so wie die erste. Das wäre nämlich nicht so gut. Ich habe nämlich darauf keine Lust. So, wo muss ich dann hin? Ich muss das, äh, die linke Spinne benutzen. Genau. Die linke Spinne. Ich finde das ist auch übrigens sehr, sehr cool mit den Spides, die hinterher, und hinter uns hinterher laufen. Da wir in der Randomizer Nasslock so viele verschiedene Pokémon im Team haben, haben wir dementsprechend auch ganz viele verschiedene Pokémon mit uns mit dabei. Das ist echt, echt nice. So, der nächste angebliche Käfer-Trainer. Angeblich. Aber, ne, Käfer sehe ich hier eher nicht. Sondern ein Gänger. Oh, je, je. Das ist natürlich auch gefährlich. Ich gehe auf Rauchwolke erstmal. Das Problem ist, Finn könnte stark angreifen mit Psycho. Allerdings Uh, uh, schön. Allerdings Geist ist gegen Finn sehr effektiv und daher Ah, ah. Sonst wäre noch möglich Hannes mit seiner Psycho-Attacke. Geist ist gegen Hannes sowieso nicht wirksam. Aber, ja, Spadcast kriegt das auch wunderbar hin, wie man sieht. Da brauche ich jetzt nicht zu Hannes wechseln. Nochmal ganz schön viele EP. Sehr, sehr schön. Uh, Level 10. Level 10. Ich muss aber ehrlich sagen, bei unserem Pokémon, ich fände es besser, hätten wir irgendwie mehr Pokémon, die so noch auf der untersten Entwicklungsstufe sind, dass wir mehr Entwicklungen sehen. Wir haben nur momentan Johannes, Finn und Hannes auf der ersten Entwicklungsstufe, sonst die anderen drei sind alle vollentwickelt. Und bei Warlord, ah, was macht man da jetzt? Soll ich einen Trank zücken für Johannes oder soll ich... Ich probiere es mal mit Hannes oder mit Finn. Finn könnte ich das auch probieren. Ich probiere es erstmal mit Hannes. Die großen Pokémon von uns, die können da jetzt eher weniger was ausrichten gegen Warlord. Level 9. Dann fange ich an mit Bitterkuss. Okay. Planänderung. Ganz radikale Planänderung. Ähm, ich brauche ein Pokémon mit, äh, Genauigkeit Senkung. Finn hat dann... Ja, doch. Doppeltiebenheit wäre möglich. Oder soll ich direkt zu Johannes? Aber da müsste ich eine Runde opfern für Trank. Ich brauche Genauigkeit sein. Und ich denke mal, da ist Finn am besten. Genau, direkt zu Finn rüber. Wir müssen den Walzer aufhalten. Der wird von Runde zu Runde stärker und das kann meine Pokémon killen. Scheiße. Er ist momentan im Walzer gefangen. Bedeutet, ich kann ruhig zu Bonita gehen. Walzer macht bei Bonita nicht so viel Schaden. Das heißt, ich kann hier ganz in Ruhe Lebensstelle einsetzen. Walzer ganz, ganz gefährlich in der Nasslock. Attacke geht daneben. Sehr schön. Jetzt ist aber die Gefahr wegen einer schönen Wasserattacke. Aber, ja gut, da gehe ich wieder zu Hannes. Ist das dein Ernst? Ich erwarte gerade hier irgendwie eine starke Wasserattacke, sei es Aquawelle oder auch meinetwegen Aqua-Knarre, was kommt Platscher. Es kommt Platscher. Ey, nee, ist das dein Ernst, mein Lord? Oh, nee, das war jetzt so richtig, nee. Okay, ein Hit noch. Okay, er macht wieder einen Walzer, ist nicht so schlimm. Hannes kriegt es auf jeden Fall hin. Sehr, sehr schön. Aber ein Pokémon haben wir noch. Also noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Das eine Pokémon müssen wir noch besiegen. Es war trotzdem gerade sehr funny. Okay, ein Draschel. Uh, Typ Drache. Das ist gegen Drache sehr effektiv neben Drache. Eis, wir haben keine Eisattacke. Ich gehe mal zu Böni. Böni war jetzt schon länger wieder nicht am Start. Weil er immer noch am höchsten gelevelt ist. Hat mir Böni auch in den Kommentaren geschrieben, es ist nicht schlecht in der Naslog ein hochgeleveltes Pokémon zu haben. Ja, da magst du recht haben, aber ja, ja, hast recht, aber ja, dann musst du dich halt andere Pokémon vernachlässigen, beziehungsweise dann sind halt dementsprechend die anderen Pokémon dementsprechend niedriger gelevelt und das ist halt auch nicht so das Wahre für mich. Nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal so. Da ja, ich finde es so besser. Gut, haben wir dich. Ich werde ausgehen zum Pokémon Center gehen, nochmal die Pokémon heilen und dann geht es im nächsten Part hier in der Arena weiter und gleich fast Level 15, ja man. Bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017